wie kein zweiter und er hat auch wieder ein bisschen lunte gerochen vielleicht macht er doch weiter der andy goldberger die entscheidung ist noch nicht gefallen ob er seine karriere beendet oder im nächsten jahr fortsetzen blasch vor hofnick der slowene und das war doch schon mal was guter sprung von blasch vor hofnick für die vielen vorwiegend jugendlichen zuschauer die heute morgen schon hierher gekommen sind und die mannschaftskollegen die ganz spät dran kommen wir haben noch mit einem letzten blick das verfolgt blasch vor hofnick mit 182,5 metern das war schon